Wie meinst du das? Ich mein ja nur. Ach, ich mein ja nur, ich mein ja nur. Den ganzen Tag meint er nur, den, der mal was Gescheites macht. Ich sag' ich halt gar nix mehr. Ich muss nicht sagen, Hildroth, ich muss gar nix sagen. Halleins, bitte sei, um Gottes Willen, nicht gleich wieder beleidigt. Lieber Gott. Du kriegst immer Wutanfälle, furchtbar. Warum hast du dann nicht schon wieder so was isst? Was räuchst du dich eigentlich schon wieder? Ich weiß es, ich seh's doch. Wenn er sich aufrächt, das is immer selbe. Da zucken immer so die Mundwinkel. Ja, so is es. Und dann reibt er sich an der Nase. Und jetzt, Achtung. Du kannst nicht lang warten. Du kannst nicht lang drauf warten. Ich bin die Ruhe selber. Ja, ja. Aber wenn du doch eintun siehst, das will ich schon mal sagen, dass du mal sehen, was aus deinem Karl-Heinz werden kann. Dann wird das eine ruhige Oase, ein wilder Orkaner. Das will ich ja nur mal sagen. Hab ich da nicht nötig, dauerndes. Das hat ich gemacht hier. Das klappt noch mal. Weihnachten. Ja, äh. Aha. Wieso? Hab's doch gesagt. Ja. 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 Ich hab nicht so viel versprochen. Ja. Ja. Die momente aus dem inacc menos� hostage друга, Ja. Ja. auch gut,